Musik Ach nö. Ich will die. Oh Gott, das. Es ist so... Schon so meinetwegen da hinten erst mal machen. Ich denke, das dürfte ein Hit gewesen sein für Dingsbums Nachhilfner. Ach stimmt, ich habe da safe the best dabei. Ja moin. Das ist so lächerlich, dieses Video. Ja genau. Ich schieße mit diesen komischen Popeln durch die Gegend. Mano. Was? Laber doch nicht. Das war jetzt entweder Balance oder Flink. Eins von beiden. Was? Du konntest die Maus eben nicht rumreißen. Ich bin verwirrt. Die Map ist echt komisch. Ich bin verwirrt. Mano. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das geht nur okay. Ich habe keine Ahnung. Der Sound ist auch so mega laut hier. Hallo. Ah shit, das ist meine Obsession. Fuck off. Warum kann ich nicht auf die schießen? Ich verstehe den Kinder nicht. Das mit einer Kammer. Die dann damit infiziert. Dann kannst du dich brauchen. Oh, wait. Das ist nur so laut. Alles hier. Ich kann mich kaum verstehe. Ich muss das gleich mal ein bisschen lauter machen. Das sind jetzt halt diese Böppel. Komm. Du kannst es nur aus den Kameras. Ja, das ist praktisch richtig. Oh, Jakey. Okay. Das finde ich ja tatsächlich eigentlich wäre schöner, wenn du das generell machen kannst. immer. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auf allen Karten. Ich meine, du musst dich als erste Kamera einwählen. und du musst dich dann wieder bewegen. Nee, das geht ja nur, wenn die diese komischen Klopps da haben. Genau. Ey, es ist so dumm. Es ist legit so dumm. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Nein, das war die falsche Taste. Ich bin so froh, wenn ich den nicht mehr spielen muss. Ich bin so froh, wenn ich den nicht mehr spielen muss. Das ist so lächerlich. Ja, los. Ey, es ist so blöd. Was haben die sich bei den Kindern gedacht, frage ich mich. Die wollten ja irgendwas machen. Ja, hat ja ganz gut geklappt. Ja! Wer glaubt, ich habe Angst vor dem Main Building? Ja. 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 Ja, ja. 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 Okay. Ja. Ich hab dich gehört, Laurie. Eine Sache ganz gut, mit drei Gents, mehr zu rot, und schlechter Lauf, und schlechter Lauf. Zweieinhalb, Jack. Aha! Dead Hard! Loll! Ah ja, gut, okay, die Palette muss ich fressen. Eine Runde wird sie doch nehmen, ja. Oh, oh. Nein! Würde man gern noch jemanden im Platz verpassen. Deswegen lohnt es sich halt meistens entweder bei Haken oder tatsächlich bei Gents um. Mhm. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Du musst halt tatsächlich vor. Das ist ähnlich wie sie, der weiß, dass du da bist. Das stimmt auch ganz gut. Ja, das ist absolut sau dumm. Ähm. Du musst halt genauso wie bei Haken vor. Was? Scheiß, die Wand an, ey. Keine Kiste. Du gehst mir auf den Sack, Lori. Okay. Ja, leuchtet man bei den kleinen Haken. Das ist bestimmt nicht. Wenn du nochmal auf diese Knüppel schießt, dann hast du sie auch zurück. Das weiß ich, ja. Das wusste Felix zum Beispiel auch nicht. Was ich irgendwie beim PTW hatte, ist das halt auch nicht wegen Boxen. Was ich irgendwie beim PTW hatte, ist das halt auch nicht wegen Boxen. Lol, der war drauf? Im Ernst? Ja, das ist schon gut. Bravo, bravo, little worm. Your genes need minor minor modifications. Ja, und wie kann ich dann dieses Ding... Ich glaube mit linker Maustaste kann ich die einfach wegkloppen. Ja toll, ich kann überhaupt nicht schießen. Das ist doch bescheuert. Ey, das ist so Bullshit. Ja, den Killer hätten sie sich echt sonst wohin stecken können. Du hast ja gerade gesehen, das lädt sich so auf. Ja, und das ist absolut... Ja, und das ist absolut... Ja, und das ist absolut... Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Ne, also den Killer, den können sie trost wieder in die Tonne kloppen. Ich weiß doch nicht, wie die jetzt so einen Plopp gekriegt hat, aber hey, okay, was soll's. Und vor allen Dingen, wo ist sie jetzt hin? Ey, hier verlierst du so schnell die Orientierung nach Porten. Das ist so Bullshit. Das ist einfach so dumm. Wo zur Hölle bin ich jetzt überhaupt? Das ist wie die zu zielen. Und das Gelbe, der ist gerade zerstört worden. Ja, siehst du, und jetzt hat sie dieses Scheißding schon wieder weg. Das bringt einen Haufen Bullshit. Ja, weil die, die... Ey, hier, ich bin gerade so tiltet. Wo ist denn die? Ich dachte, die Karte ist... Es ist nicht nur allein die Karte, es ist auch der Killer. Der Killer ist so dumm. Der ist reif für die Mülltonne. Für was anderes ist er nicht gut. Was? Ich geb's auf, ey. Dann wird es erschief, mit halt eben nichts. Es ist mir so egal. Dann ist es tatsächlich das Erste, was ich nicht machen werde. Wie soll ich dann, bitteschön, wenn die Dinger sofort wieder verschwinden? Du verlierst komplett die Orientierung. Du kannst diese Weiber nicht wirklich... Fuck you. Kloppen. Ähm, wie? Wie? Das müsste man halt mal in einem Custom-Game aufgeben. Ein Custom-Game bringt da auch eine Fehl, wenn der Killer scheiße ist. Na, einfach so um den Ablauf zu. Wie du wachst. Ich bin einfach so in der Routine. Scheiße drauf, ich bin jetzt der M1-Ringer. Halt's Maul, ich hasse dich. Das hab ich zum Beispiel bei... Wie musst du denn irgendwas wechseln? Ja, bei Clown-Sport destruction. Wo ist die denn da? Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Sie springt wirklich durch. Was ist los mit dir? Und dass man diese scheiß EMPs auch während dem Laufen einfach nutzen kann. Ja, ist okay. Das ist genauso bescheuert. Ja, okay. Ja. Können wir den Killer bitte in die Tonne kloppen? Ja. Eine Durchatmung. Genau. Boah. Jetzt muss sie spatt worden haben. Scheiße drin. Oh. Viel weg. Ja. Moment, ich höre dich schnell. Ich mach dich gleich erstmal lauter. Ja.